Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun haben meine Augen dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz, ich bereue in Staub und Asche. Hiob sagt diesen Satz im Gebet zu Gott. Das Bemerkenswerte ist, er sagt es nicht, nachdem er ein großes Wunder erlebt hat. Er sagt es im Angesicht des tiefsten Leibes, nachdem er alles verloren hat. Seine Erfahrung dahinter ist, es gibt nichts, was uns gehört, nichts, was wir verdient hätten, nichts, worauf wir Anspruch hätten. Alles ist in der Hand Gottes. Ist das eine Erfahrung, die auch wir schon gemacht haben in dieser Krise? Haben auch unsere Augen schon Gott gesehen? Der Satz und diese Erfahrung von Hiob passen auch zu Mama Maria. Sie lebte in Dundee, Südafrika, in einer informellen Siedlung, ohne Wasser, ohne Strom, in einem selbstgebauten Lehmhütchen. Und sie war auf dem besten Wege, sich zusammen mit ihrem Mann gemeinsam in den Tod zu trinken, als ihre Augen Gott gesehen haben. Sie bereute und fand ihre Berufung und ist nun eine selbstbewusste, stolze und dankbare Frau, die nun mit ihrem Engagement und ihrer Nachbarschaft zu einem Hoffnungspunkt geworden ist. Ein junger Fotografiestudent im dritten Semester aus dem gleichen Städtchen Dundee schoss diese Bilder. Und zu seiner eigenen Überraschung ist er damit in die Top Ten Endauswahl des Sony World Photography Awards 2021 für Nachwuchsfotografen gekommen. Seine Fotoreihe hat den Titel My Local Leaders. So leuchtet dieses Licht von Mama Maria und anderen Local Leaders nun weltweit. Auch zu unserer Ermutigung. Der junge Fotograf sagt, jede Begegnung mit diesen Menschen in seiner Fotoreihe hat ihn geändert. Ich wünsche uns, dass Mama Maria auf uns hilft, gerade im Leid, Gott mit unseren eigenen Augen zu sehen und den Mut nicht zu verlieren.